Dann 3, 2, 1, Moment. Ach komm ey. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wehbobs. Das schnellste und aktuellste Best of Pizzmeat. Oh, ist das hier 4? Oh Gott! Wie nah bist du denn an den 800 dran? Ungefähr 633. Vielleicht drehe ich mich einfach immer perfekt weg. Ja, das wäre schon krass. Kann natürlich sein. Aber dann hätte ich dich glaube ich auch gesehen. Bin ich richtig? Er ist ruhig geworden. Ich chill. Da ist Bram. Ich chill meine Base. Der ist weiter Richtung Mitte. Bram hat direkt genutzt, als ich den Befehl angeben musste. Wo ist er hin? Ist er ins Haus? Nee, der ist nicht ins Haus. Fuck, der ist einmal rum. Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. Ich wollte, ich wollte eigentlich, ich dachte man kann, ich dachte ich könnte, okay. Ich dachte was. Ja, aber dachtest du, könnte ich den Hablus gut? Ja, ja, ist okay. Was, Napol ist nicht richtig? Italienische Hafenstadt. Meiland. Meiland. Alter, was sind die Sachen? Alarmgerät Wecker. Was? Körperorgan. Haare, Auge, Nase, Mund, Lid. Breite Liege. Deine Mutter. Ein Lochstecher. Bram. Nee, geht nicht. Passt nicht. Schade. So, macht man Witze. Da oben war einer. Wuhu, drei Heldschutze einfach. Alter, wie gut Bram war mit der K. Alter, der hat die Heldschutze richtig verteilt. Als ob der Bram uns jetzt alle weggemacht hat hier. Mega geil, Bram. Alles. Aber innerhalb kürzester Zeit. Beißen wir mal da rein. So. So. Geil. Ich kriege einen neuen Job. Und du kriegst einen besseren. Pass auf. Und noch einen Ding. Ja, Popstar. Ja, Gott sei Dank. Das erste war 70K. Das war mega gut. Popstar sehe ich mich doch. Ich hab auch gut singen. La 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 la. Dafür verdienst du aber immer noch zu vielen. Was solltest du jetzt heißen? Ja, nur so. Es ist problematisch da immer. Alter. Ist ja mal so. War easy. Nein, der steht auf der Bank direkt daneben. Oh Gott. Wir wollten nicht immer so weit laufen. Alter. Wir dachten, dass er ein bisschen ist. Easy, Junge. Hast du das gesehen? Der hat dich getasert. Der hat sogar von der Kaffe gewinnt. Oh Leute, den hab ich nicht gesehen. Was ist mit Usbekistan? Usbekistan hat einen Schaden. Der wusste auch, wo du bist. Gelb. Ey, die wissen immer, wo die sind. Gehen wir mal weiter zu euren Tipps. Es haben zwei Leute dasselbe getippt. Nämlich Jonathan und Bram haben beide 5 Euro getippt. Warum auch immer. Aber Peter geht nur mit einem Euro. Peter sagt Schmutz. Du hast abgeguckt. Ich hab zuerst getippt. Nee. So, wie man spielt. Wie gehen wir das denn nochmal? Ist ja irgendwie so, ja. Okay. Okay. Ist ja easy. Nein! Hä? Ach, schön. Also ich glaube, ich hab einfach vor mich gekackt. Was war das denn? Ich hab fast ein bisschen auf die andere Seite geworfen. Ey, so weit hätte ich ja spucken können. Ich hab vorher den Kackwurf gehauen. Hey, was war das denn? Das ist nicht mein Charakter beim Hammerwerfen, Leute. Hä? 108? 108? Oh, what? Nice. Ich bin 30 Meter, als hattest du das durchgelesen. Soll ich mal Kugel stoßen. Das ist wirklich Kugel stoßen. Aber das ist auch nicht. So 10 Meter. Der hatte irgendwie überhaupt keine Dynamik hier. Ich bin zu spiel. Hä? Wollen wir mal hier was raus. Ich hab einen perfekten Wurf gehabt. Aber ich hab trotzdem nur 50 Meter. Willst du mich verarschen? Hä? Der war doch hinter der ersten Linie und der war kürzer? Hä? Aber was muss ich tun? Nein, ich hab's zweimal versaut einfach. Hä? Also ich hab 20 Zentimeter weniger geworfen oder so. Mal irgendwas. Was müsst ihr, was macht ihr während der Kreise? Also du musst doch die beiden Schuntertasten gedrückt halten. Du musst die Kreise, ne? Ja. Hä? Letzter Versuch. Komm. Ach, den rechten Stick. LOL, sag mir das doch einer. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Oh Gott. Nein. Wie dumm. What the fuck. Oh, der war nicht so gut. Ich bin jetzt den linken Stick gedreht. Oh mein Gott, ich bin einfach so scheiße gewesen. Kacke. Ich bin dumm. Boah, bin ich unzufrieden. Hast du? Hast du? Was? 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 Was ist denn da so ein schlacher Bull? Letzter. Hier kommt zurück zur Rückzahlung. Schocki, du Wichser, verpiss dich von der Map, du Arschficker. Breakfast. Gutes Projekt. Ah, ja. Ah, scheiße. Äh, 60 Sekunden Zeit. Mit einem gehäuften Esslöffel Vollrohrzucker, das bringt nicht nur wunderbare Karamelle. Was ist Vollrohrzucker zu Rohrzucker? Das ist teurer als Halbrohrzucker. Keine Ahnung. So. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was der beste Tofu und Rauchtofu so ist, eurer Meinung nach. Von welchem Hersteller, weil das würde mich mal interessieren, weil ich halt immer auch mal gerne damit koche, nur immer dann so das Ergebnis so meh ist eigentlich, weil Tofu nie. Mäh, das soll ja nicht mäh sein, das soll ja vegan sein. Nein. Oh, 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 oh. So. Ähm, Petecast seh ich. Dankeschön. Was? Den fass ich mal jetzt hier auf. King Ruffy hat. Nein. Ruffy hat 1000 Euro donated. What? What the fuck? Warum mich höre ich doppelt? So krass ist das. Alter, jetzt lass mich nicht mehr doppelt. WTF? Das war's diese Woche. Habt ihr noch ein abschließendes Wort? Tschüss. Ciao. Tschüss. So, das war's auch schon. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr dies nicht schon getan habt. Zudem könnt ihr euch hier ein paar weitere Videos reinziehen. Wenn euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben. P間